Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu unserer Sendung gut gelebt spezial heute beschäftigen wir uns mit frisch haltedosen zeitschrift ökotest hat getestet und die einschlägige überschrift im heft lautet eins auf den deckel und deswegen freue ich mich dass der chefredakteur der zeitschrift ökotest heute bei mir ist jürgen stellflug herzlich willkommen hallo herr stellflug wer kriegt denn eins auf den deckel in ihrem test es kriegen ganze ganz viele dosen eins auf den deckel das erfreuliche ergebnis dieses tests ist aber dass man sich zum ersten mal eigentlich fast darauf verlassen kann was viel kostet ist auch was normalerweise oder oft haben wir ja das problem dass man keine beziehung hat zwischen preis auf der einen seite und und der qualität auf der anderen seite hier muss man sagen hier lohnt es sich auch wirklich geld auszugeben kommen mal zum 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 klassiker der fast bei uns so eine eigene veranstaltungskultur hervorgehoben die tapotos oder besser bekannt als tupper parties wie haben denn diese produkte ab die sind ja nicht ganz billig die sind die teuersten das hier ist diese tupperware wie leute sagen aber es heißt natürlich tapferware ist aber egal wir kennen das das sind die teuersten diese dose kostet 10 euro 90 pro stück ist aber auch einer von den beiden testsiegern der zweite von den beiden testsiegern ist ein bisschen billiger gehört aber ist aber auch die zweitteuerste dose sozusagen das heißt also hier zeigt sich das ganz eindeutig und diese dose hat wirklich alles überstanden was wir an tests gemacht haben und wir haben das sehr umfangreich gemacht wir haben nicht nur geguckt löst sich beispielsweise aus dem plastik was raus sind die deckel dicht sondern wir haben auch geguckt nach zwei dreihundert mal schließen auf und zu machen ist der deckel immer noch dicht wie sieht das aus wenn man das in die spülmaschine tut aber 20 30 mal in der spülmaschine heiß und so weiter und so fort also eine ganze menge tests haben wir gemacht und diese dose die tapperware dose hat eben alles überstanden vielleicht noch mal zu einem detail zu kommen ein bisschen hängt sie auch davon ab für was ich die jeweilige dose verwenden will also wenn ich mit der dose kann ich doch sicher auch suppe im auto transportieren wir könnten das jetzt demonstrieren ich könnte hier so ein bisschen wasser rein schütten und ich könnte den die dann umdrehen und das wasser würde drin bleiben das muss ich natürlich nicht für jeden verwendungszweck das heißt also wenn ich da nur ein bisschen wurst rein tun will ein bisschen käse und das dann im kühlschrank frisch halten will dann reichen mir natürlich auch produkte wo der deckel nicht unbedingt dicht ist da haben wir hier beispielsweise kennt auch jeder wahrscheinlich ikea und diese dose kostet eben nur 66 cent pro stück ja und das reicht aber für viele fälle reicht das aus für die hochbelastungsfälle sage ich mal da brauche ich dann was besseres wie ist es jetzt wenn wir gerade die zwei noch im vergleich haben viele machen das sehr gerne dass sie das eindosen und dann gleich in die mikrowelle nehmen mit mit tapper kann ich es und mit dem nicht oder man kann man kann man kann beide in die mikrowelle tun man kann beides in der mikrowelle erwärmen da habe ich überhaupt keine probleme damit es gibt aber noch was anderes weil sie schon angesprochen haben die dann schwierigkeiten haben aber beim verschließen aber auch beim sauber machen das was ja auch hygienische gründe spielen ja auch eine rolle bei solchen geräten ganz wichtig auch das haben wir mit getestet hier beispielsweise eine dose von emsa diese dose hat unter anderem auch das problem dass da der beileger sagt der deckel sei dicht wir haben festgestellt der deckel ist überhaupt nicht dicht ja haben wir bei emsa nachgefragt haben sie ja ist ein druckfehler also das problem ist wir raten auch in unserem test guckt euch die beilege zettel an aber auf die beilege zettel kann man sich auch eben nicht immer verlassen aber wir haben eben auch geprüft wie sieht denn das aus wie kann man die reinigen ja und das sehen wir hier ist eine recht schwer zugängliche rille zum reinigen das heißt da bleibt immer dreck übrig ja auch das ist geprüft und das ist unser testurteil eingeflossen diese dose hat nun eines der schlechtesten testurteile gekriegt eben ein ausreichend das liegt auch daran weil viele unserer dosen tatsächlich plastikbestandteile abgeben wir haben geguckt selbstverständlich sind das gefährliche plastikbestandteile weichmacher jeder hat das schon mal gehört weichmacher sind problematisch nein solche gefährlichen plastikbestandteile waren da nicht dabei aber ich will nicht unbedingt plastik im essen haben überhaupt keine frage deswegen haben wir eine weitere dose mit und mit untersucht das ist eine porzellandose man sieht das von hier vielleicht am besten eine porzellandose die hat zwar einen plastikdeckel aber ist ansonsten aus porzellan die gibt natürlich nichts ab an das essen weil porzellan eben nichts abgibt aber wir haben natürlich auch andere pro test gemacht wir haben sie runterfallen lassen klar und da die porzellandose nicht so gut was was geht überhaupt die die bruchfestigkeit von diesen dosen die bruchfestigkeit ist bei den plastikdosen durchweg gegeben also die kann man runterfallen lassen auch mit was drin bei der bei der porzellandose selbstverständlich nicht und wir haben auch noch eine dose aus melamin das ist ein anderer kunststoff der ein sehr harter kunststoff ist der auch zunächst mal nichts ans essen abgibt keine bestandteile natürlich geht diese harte dose beim bruchtest kaputt und die hat noch ein anderes problem nämlich die darf man auf keinen fall in die mikrowelle stellen weil in der mikrowelle lösen sich bestandteile dieses melamins und diese bestandteile des melamin besteht aus form aldehyd ja und form aldehyd ist ein krebsverdächtiger oder sogar krebserregender stoff der natürlich auch im essen nichts verloren hat man muss sagen der hersteller dieser melamin dose weist darauf hin dass man das nicht in den in die mikrowelle tun soll aber ich bin mir da nicht ganz so sicher ob sich die verbraucher da immer daran halten oder und und ob sie das immer zur kenntnis nehmen kommen wir doch mal zum reinigen also sie empfehlen ja auch egal welche dosen es ist plastik immer vor dem ersten gebrauch richtig heiß gut ausspülen auf jeden fall vor dem ersten gebrauch gut ausspülen weil da wird natürlich ein teil dessen was möglicherweise noch so lose das ist zwar nicht richtig ja das ist zwar nicht richtig lose aber es ist noch noch leichter lösbar aus dem fabrikationsprozess das wird dann raus gespült das heißt da habe ich schon mal den ersten großen teil weg trotzdem es bleibt dabei aus den kunststoff dosen wird sich immer ein bisschen raus lösen das ist gar nicht zu vermeiden aber dieses ausspülen das sorgt dann schon erstmal dafür aber spülmaschinen geeignet sind die alle diese getestet die dosen sind alle spülmaschinen geeignet die kann ich da alle rein tun sie überstehen die spülmaschinen prozedur ganz ganz unterschiedlich zum teil nach 20 mal lässt sich der deckel nicht mehr schließen oder ist auch schon eingerissen ist auch schon kaputt das kann durchaus passieren also aber ich kann sie zunächst erstmal alle rein tun noch mal auf denen sozusagen das beste zu kommen da kann ich auch sozusagen vakuum herstellen oder weitgehend vakuum ist natürlich schwierig weil ich müsste ja die luft ausziehen das kann ich nicht aber ich kann sie wirklich ich kann es luftdicht verschließen das ist auf jeden fall da möglich wobei man ja sagen muss das ist jetzt nicht ganz so wichtig weil wir sagen zwar frisch haltedosen wir meinen aber eigentlich ja vorratsdosen es soll ja nicht monatelang da drin frisch bleiben und wenn ich es einfriere bleibt natürlich frisch klar das war noch ein wichtiger hinweis zum schluss herzlichen dank herr stellburg für den besuch im studio und für die immer informativen geschichten diese uns hier zu ihren test ergebnissen sagen liebe zuschauer das war die heutige ausgabe von gut gelebt spezial herzlichen dank für ihr interesse schluss herzlichen dank für die